862 und Rosalia Galieva, eine sehr ausgestrückte Arke-Turnerin, unheimlich viel Dampf hat, auch eine temperamentvolle Musik, die wunderschön zu ihr passt. Musik Musik Tolle Ideen hat sie mit einfließen lassen, Rosalia Galieva, die Russin. Aber nach zwei Akrobatikbahnen immer ein sehr großer Ausfallschritt auch. Allerdings ist das auch Lilia Podkopajeva passiert. Der Unterschied wohl nur bei Galieva, da zieht man das ein bisschen stärker ab, habe ich den Eindruck. Musik